Die hohen Anforderungen, die an ein Kuttermesser gestellt werden, verlangen äußerste Präzision beim Nachschleifen der Messer. Die CNC-gesteuerte Schleif- und Poliermaschine B600 von Knecht ermöglicht exakte und reproduzierbare Anschliffe. Das Messermagazin der B600 nimmt bis zu acht Messer auf, die vollautomatisch und mannlos bearbeitet werden. Beim Kuttervorgang sollte das Zerkleinern und das Emulgieren oder Mischen der Rohstoffe des Präz zeitgleich abgeschlossen werden. Zusätzlich darf die Temperatur der Rohstoffe nicht zu hoch werden. Damit dies gelingt, müssen die Schneidenform und das Schneidenprofil des Kuttermessers aufeinander abgestimmt und korrekt geschliffen sein. Schneidenform und Schneidenprofil werden durch die CNC-Steuerung mit höchster Genauigkeit herausgearbeitet. Der zu schleifende Schneidenwinkel kann gradgenau eingestellt werden. Mit dem wassergekühlten Schleifband werden die Messer geschliffen. Der Abnutzungsgrad des Schleifbands wird von der Maschine berücksichtigt und die Schleifintensität automatisch angepasst. Es wird nur so viel Material abgetragen wie unbedingt nötig und der Verschleiß von teuren Messern minimiert. Die permanente Wasserkühlung verhindert eine Überhitzung der Messer, Schleifrisse werden so zuverlässig vermieden. Die Lamellenbürste poliert die Messeroberseite und reinigt sie von Produktionsrückständen und Korrosionen. Die Messer erhalten eine glatte Oberfläche. Abschließend wird der Grat, der beim Schleifen entsteht, durch die Vierfach-Entgrateinrichtung entfernt. Die Messer erhalten ihre Schärfe. So bearbeitete Schneiden haben eine entscheidend höhere Standzeit. Das Messermagazin der Maschine nimmt bis zu acht Messer auf. Jedes von ihnen wird auf eine Ablageplatte gelegt. Halterungen auf den Ablageplatten fixieren die Messer und schützen den Bediener vor Schnittverletzungen. Der Messerstapel wird auf Schienen an die vorgegebene Position geschoben, von der sich die Maschine die einzelnen Messer erholt. Die Ablageplatten werden automatisch umgeschichtet. Der Greifarm des Messerwechslers arbeitet mit Vakuum und kann bis zu fünf Kilogramm Gewicht aufnehmen. Kernstück der B600 ist die CNC-Steuerung. Die intuitive Programmoberfläche vereinfacht die Bedienung. Grundfunktionen der Maschine sind zudem über Funktionstaste erreichbar. Steuerung aktivieren, Messertyp auswählen, Start drücken. Nun arbeitet die Maschine selbstständig. Für jedes Messer wird von Knecht ein Schleifprogramm erstellt, das genaue Informationen über die Schneidenform enthält. Die CNC-Steuerung macht die B600 äußerst vielseitig. Auch eine Vielzahl unterschiedlicher Messer kann durch den geringen Anpassungsaufwand wirtschaftlich geschliffen werden. Neue Schleifprogramme werden in Sekundenschnelle online übertragen. Dabei spielt der Standort der Maschine keine Rolle. Die Schleif- und Poliermaschine arbeitet während der gesamten Bearbeitung mannlos. Der Bediener kann währenddessen andere Arbeiten verrichten. Die Maschine kann unbeaufsichtigt arbeiten, denn sie schaltet bei einer eventuellen Störung selbstständig ab. Mit der B600 erhält das Messer das optimale Profil und einen präzisen Schneidenwinkel. Und das bei jedem Schleifvorgang.